Antenne MV. 100% Mecklenburg-Vorpommern. 100% die beste Comedy für unser Land. Jetzt Bauer Call. Hallo Freunde von Antenne MV, TV Schwerin und MV1. Hier ist wieder euer Bauer Call. Sag mal, das bringt doch alles nichts. Ich mach dir mal ein Beispiel. Ich stehe hier gemütlich vor meinen Eingang, fecht das ein bisschen sauber für die schönen Tage, die da kommen sollen. Und dann höre ich plötzlich in unseren Heimatsender die Nachrichten. Die Uhr soll wieder eine Stunde vorgestellt werden. Und mir kommt die innere Wut bis an eine Kehle. Ich denke mir, die ganze Zeit sitzen da in Schwerin, in die verkalkten Verwaltungen und in die impotenten Mysterien, eigentlich nur noch Dilettanten, eine Stunde die Uhr vorstellen. Das reicht doch für Mecklenburg-Vorpommern niemals aus. Überhaupt gar kein Zweifel. Das kann doch wohl nicht sein. Hier ist so viele Jahrzehnte die Zeit stehen geblieben. Das reicht doch niemals. Wir sollten nicht an der Uhr, wir sollten endlich mal am Kalender rumfummeln. Meine Oma regiert immer noch die Gemeindeversammlung. Die lässt niemals den Bürgermeister zu Wort kommen. Daraufhin ist er total sauer und brüllt, sie soll mit den alten Zeiten aufhören. Sie soll sich nicht aufführen wie ein Parteisekretär. Und übrigens seien die Russen schon lange weg. Die kommen schon wieder, brüllt Oma zurück, bevor sie ihren Armeekoppel über die Kittelschürze wieder gerade rückt, Freunde. Und dann beendet sie die Gemeindeversammlung mit dem Gruß der Jungpioniere. Seid bereit und die ganzen Vertreter immer bereit. Hau rin und pisch nicht in. Es sei denn, du brauchst es für die Pflegestufe. Tschüss!